Herzlich Willkommen auf meinem MuttiGoodie Channel. Ich bin Solo Laser und heute neues Unboxing. Ich habe die Tischunterlage mal geändert und hoffe, dass das so ein bisschen angenehmer ist, auch für die Kamera. Und ja, ich möchte heute einen neuen Werkzeugkoffer unboxen. Und zwar ist das der Proxen Nummer 23020. Und ich habe euch damals so ungefähr vor fünf, sechs Jahren, ich hole ihn mal eben, habe ich euch mal den Kleinen gezeigt. Die Nummer fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, aber ich möchte euch einfach mal zeigen, was der jetzt schon alles so mitgemacht hat. Und dann gucken wir uns den Großen an. Einmal nur ganz kurz einen kleinen Rundgang. Also erstmal der Koffer selber funktioniert noch einmal frei. Hat natürlich seine Abnutzungsspuren und Gebrauchsspuren und alles. In den sechs Jahren wurde er oft benutzt. Und ja, so sieht das gute Stück aus. Nach sechs Jahren, fünf bis sechs Jahren Benutzung. Indrin leichte Abdrücke von den Nüssen. Denn das Werkzeug selber, wie wir sehen, sieht das Werkzeug immer noch nach der langen Zeit gut aus. Also es ist auch noch vollständig. Ich habe nichts verloren. Man sieht deutlich die ganzen Gebrauchsspuren, dass überall die Farbe so langsam abgeht. Aber nichts ist kaputt und nichts ist abgenutzt. Sogar die Kreuzbits sind noch tiptop in Ordnung. Könnt ihr hier sehen. Ja, also richtig top Zustand. Auch noch hier das Gelenk. Alles funktioniert noch einmal frei. Auch die Funktion mit dem Rausholen geht noch einmal frei. Wir sehen, dass hier auf dem Knopf die Farbe runter ist. Aber die Knarre selber funktioniert immer noch einmal frei. Auch der Griff, der Griff hier, ihr seht, der ist schon ein bisschen, ja, das funktioniert nicht mehr so gut. Kommt, weil das Gummi hier langsam zugeschmutzt ist. Und ja, das klemmt hier auch so ein bisschen. Ja, aber funktioniert immer noch. Einwandfrei. Und ja, wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Nach fünf bis sechs Jahren Benutzung sieht das Ganze jetzt so aus. Auch die Nüsse sehen noch gut aus. Ja, und daraufhin habe ich mich entschieden, weil in meinen Augen Proxen einfach super Werkzeug ist. Ich habe euch das ja damals schon gesagt. Da hatte ich den Roller noch zu der Zeit. Und ich habe mir den speziell für den Roller geholt. Jetzt ist es so, jetzt habe ich schon seit drei Jahren, fahre ich in ein Auto. Und am Auto fallen auch des Öfteren mal gewisse Sachen an. Und da reicht der kleine Koffer leider nicht aus. Und da musste jetzt hier das große PKW-Steckschlüsselsatz her. Ich habe mich für den entschieden. Ich hatte das Glück, dass Udo immer mir geholfen hat mit seinem Vera. Aber Udo ist ja auch nicht immer da. Oder ich kann ihn ja auch nicht für jede Kleinigkeit immer kontaktieren und sagen, hier, komm mal vorbei mit deinem Werkzeug. Und ich habe immer so Gammelwerkzeug gehabt. Und dass es mittlerweile ist, sind entweder die Nüsse gerissen oder geplatzt oder die Knarre ist kaputt gegangen oder es sind Sachen verloren gegangen. Und weil halt eben nicht so ein schöner Koffer wie bei Proxen immer damit bei ist, sondern nur so ein Kunststoffteil. Ja, und ich habe mich jetzt endlich mal für was ordentliches entschieden. Ihr seht, das funktioniert ganz gut mit dem Sortieren und dem Aufbewahren. Das hat auch Zukunft. Also es hält. Und man hat ja hier 25 Jahre Garantie auf Material. Und ja, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Hier steht es nochmal. 2 Jahre Garantie. Und dann steht hier gewerblich voll nutzbar. Also kann man auch für den gewerblichen Einsatz. Und dann steht hier für Steckstüsseleinsätze und Verbindungselemente. 25 Jahre Garantie auf Material und Herstellerfehler. Ja, dann haben wir hier nochmal so ein paar Sachen. Das Ganze nach DIN ISO. Ja, und ich packe ihn jetzt mal aus. Wie gesagt, die Nummer 23020. Und dann kommt uns hier auch schon wieder Metallkoffer entgegen. Und das gute Stück ist schon ein bisschen schwerer. Hat coolerweise hier einen Griff. Der war nämlich schon ausgepackt. Ich habe ihn nämlich schon benutzt. Video dazu werdet ihr auch bald sehen. Hat hier einen schönen Griff, den man anpacken kann. Und wenn er flach liegen soll, dann liegt er auch flach an. Also wirklich toll gemacht. Das Ganze wieder aus robustem Blech. Mit den Schnappern. Und ja, hier wieder dieses kleine Papier, was auch bei dem Kleinen damals mit dabei war. Das können wir rausnehmen. Das sagt man nochmal hier hinten drauf. Und dann kommt die Knarre hoch. Das heißt, auch bei dem Großen kann man hinten drauf drücken. Und dann kommt die Knarre einem entgegen. Ja, hier haben wir eine anderthalb Zoll Knarre. Schönes, großes Teil. Wirklich schön. Mit der dicken Aufnahme und auch dem Push-System, wo man hinten drauf drückt. Und dann kommen die Nüsse. Dann haben wir die größte Nuss. Haben wir hier eine 32er. Das Ganze sitzt gut drauf. Und die Nuss fällt auch ab. So hat man ein bisschen Schwierigkeiten. Es ist leichter, wenn man den Knopf drückt. Die große Knarre hat ein schönes, einen schönen Zahnkranz. Ja. Rechts-Linkslauf. Funktioniert einbandfrei. Sehr schön. Tolle Knarre. Wirklich super. Aus einem Stück gefertigt. Das Ganze hier. Geschmiedet ist das Ganze. Geschmiedet. Richtig gut. Qualität top. Kann ich nichts anderes sagen. Auch wieder der Koffer mit Massivplastik im Satz. Dann haben wir hier einmal die ganzen großen Nüsse, die wir hier sehen. Ab 14 geht es los für die große Knarre. 14 bis 32. Das heißt, alle Nüsse, die wir so brauchen im Kraftzert. Auch die Fertigung, dass hier die Kanten nicht abgenudelt werden, sondern hier die Seitenbacken aufliegen. Haben wir ja schon damals bei dem Kleinen gehabt. Jetzt sehen wir aber hier noch eine kleine Version. Das heißt, ich habe vorsichtshalber mir die Version geholt, wo noch eine, wo die kleine Knarre mit dabei ist, die auch bei dem Kleinen Koffer mit dabei ist. Und vielleicht gibt es mal die Situation, wo ich den Kleinen nicht brauche mit den Bits, aber trotzdem vielleicht die Nüsse brauche. Und dann habe ich gedacht, habe ich immer eine kleine Knarre noch dabei. Und da das super funktioniert, habe ich mich hierfür entschieden. Es gibt auch noch die Version, die ist dann noch einen Tick größer und einen Tick länger. Da haben wir dann auch noch die ganzen kleinen Sachen, wie hier diese kleinen Nüsse drinne und ein paar Imbos und dann den Schraubenziehergriff. Das ist dann hier noch drinne. Das wird dann aber teurer. Und da ich aber den Kleinen schon habe, habe ich mir das an der Stelle komplett gespart. Ja, wir haben eine lange Verlängerung. Leider nicht die ganz lange. Es gibt es den Koffer auch noch in einer anderen Art. Da ist dann auch die lange Stange mit bei. Es ist auch der Adapter mit bei, der hier jetzt fehlt. Und zwar gibt es immer bei Proxen diese lange Stange mit so einem Adapter. Und der Adapter hier zum Beispiel passt nicht auf die 1,5, sondern nur auf die 3,8 Knarre, ist das glaube ich. Und ja, eigentlich fehlt mir jetzt theoretisch noch ein Adapter, damit ich mit der großen auch die kleinen Nüsse benutzen kann. Aber ist nicht so schlimm. Stört mich jetzt auch persönlich nicht. Ja, dann haben wir hier auch das, warum ich es eigentlich hauptsächlich auch haben wollte. Die ordentlichen Zündkerzen-Nüsse. Damit können wir unsere Zündkerzen am Auto rausholen. Wirklich vernünftig. Mit der Verlängerung funktioniert das auch sehr gut. Und man kommt damit ohne Probleme auch bis zur Zündkerze runter. Ja, ansonsten, wenn die Zündkerze noch ein bisschen fester drin sitzt, hat man hier sogar noch ein Gewinde. Da könnte man theoretisch, ich möchte das mal kurz gucken, mit einer 24er Nuss. Heißt, auf die Zündkerze drauf mit einer 24er Nuss. Was natürlich Schwachsinn ist, aber das wäre auch nochmal eine Art Verlängerung. Und dann kann man hier nochmal das drehen. Worum auch immer man das so machen sollte. Ja, keine Ahnung, aber ist es halt so. Ja, wollte ich euch unbedingt gezeigt haben, der ganze Koffer liegt bei ca. 45 Euro. Ich finde, für 45 Euro ist das auf jeden Fall ein wirklich guter Preis. Und kann man auf jeden Fall machen. Die Koffer, wo ein bisschen mehr Zubehör dabei sind, sind da deutlich teurer. Alleine schon der andere, wo die etwas längere Stange mitbeißt und noch ein bisschen anderes Zubehör, da liegen wir dann schon fast bei 60 Euro. Und die Version, wo der kleine Koffer hier unten noch mit dran ist, da sind wir dann fast bei 100 Euro. Und ja, 45 Euro finde ich hier absolut okay. Der kleine hier hat damals, glaube ich, 27 oder 25 Euro gekostet. Und ja, ich denke, mehr braucht man nicht, was Steckschlüssel angeht. Und hiermit seid ihr richtig gut gewappnet im Autobereich und auch im Rollerbereich. Ja. Ja, wollte ich euch unbedingt vorstellen, den neuen Proxen Koffer. Und somit verschwindet jetzt auch das ganze Billigwerkzeug endlich aus meiner Sammlung. Und ich habe nur noch diese zwei Koffer. Und das reicht mir. Einfach mal sauber und alles clear. Ja, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ich zeige euch nochmal die Nüsse. Von nahen. Die Qualität ist hervorragend. Nichts zu bemängeln. Wirklich top. Ja, danke fürs Einschalten. Euer Laser und bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Tschüss.